Der Royal Rumble ist für viele Fans das Lieblings-Event des Jahres. Das einzigartige Konzept hat sich über die Jahre bewährt und markiert den Startschuss für die wichtigste Zeit des Jahres im WWE-Kalender, die Road to WrestleMania. Aktuell befindet sich der Marktführer in einer absoluten Boom-Periode. So heiß wie gerade war das WWE-Produkt schon lange nicht mehr. TV-Ratings, Merchandise und Ticketverkäufe erleben alle ein Hoch, besonders in einer Phase, wie jetzt möchte man als Wrestler an der Spitze der Company stehen, ein Weg, um eben dahin zu kommen, ist und bleibt das Royal Rumble Match. Die ersten Überlegungen für die Hauptmatches bei WrestleMania 40 sollten hinter den Kulissen bereits stattgefunden haben oder gerade stattfinden. Zentral wird dabei die Frage sein, wer gewinnt das Royal Rumble Match der Männer. Das wird jetzt schon geplant, denn es geht natürlich um ein World Championship Match bei der größten Show des Jahres. Im kommenden Jahr hat WWE hier wieder ein bisschen mehr Flexibilität, was die Entscheidung angeht, da man ja wieder zwei World Champions statt einem hat. Das 40. Jubiläum von WrestleMania soll zweifelsfrei so groß und erfolgreich wie möglich werden. Wer wird also den Royal Rumble gewinnen und möglicherweise sogar Roman Reigns bei WrestleMania 40 herausfordern und schlagen? Hier kommen fünf Kandidaten. Wir starten mit Gunther. Der Ringgeneral ist im vergangenen Jahr zu einem großen Star beim Marktführer gereift. Seine Regentschaft als Intercontinental Champion ist möglicherweise die beste aller Zeiten und stellt klar unter Beweis, dass er für den Sprung in den Main Event mehr als bereit ist. Ob er tatsächlich dann im Main Event den Titel holt, ist eine andere Frage, aber für ein Main Event Match ist Gunther ready. Wer als Midcard Champion so gut funktioniert, kann auch zweifelsohne im Main Event funktionieren. Gunthers Matches heben sich mit einem sehr physischen Stil von den meisten anderen ab, was ihn einzigartig macht. Imperium ist als Stable schon gut etabliert und sieht bei den Fans Reaktionen. Bereits im letzten Jahr war der Österreicher im Rumble Match unter den letzten zwei. Ein Royal Rumble Sieg käme im Januar nach Verlust seiner Intercontinental Championship zum idealen Zeitpunkt. Es wäre die perfekte Möglichkeit, um ihn endgültig als einen Topstar der Company zu etablieren. Sowohl ein Match gegen den World Heavyweight Champion als auch ein Kampf mit Roman Reigns scheinen dann möglich. An zweiter Stelle steht der Mann der Stunde niemand geringeres als L.A. Knight. Der selbsternannte Megastar war der Top-Kandidat auf den Money in the Bank Koffer. Sein Sieg war bereits so gut wie in Stein gemeißelt, bis WWE sich hinter den Kulissen letztlich zum Unmut vieler Fans doch anders entschied. Seitdem warten wir auf den Durchbruch von Knight. Dieser läuft eher schleichend, lässt ein bisschen auf sich warten. Sollte L.A. Knight sein aktuelles Momentum aufrechterhalten können, so bietet sich WWE beim Royal Rumble eine weitere Chance. Für Knight wäre es ein großer Sprung, für WWE die Möglichkeit den Fans das zu geben, was sie wollen und gleichzeitig einen neuen Star zu kreieren oder ihm zumindest eine große Chance zu geben. Ein weiterer Kandidat ist Drew McIntyre. Seitdem McIntyre 2021 die WWE Championship an Bobby Lashley verloren hatte, ist der Schotte bis auf eine Ausnahme nicht mehr wirklich in die Main Event Szene zurückgekehrt. Bei Clash at the Castle im vergangenen Jahr verlor McIntyre gegen Roman Reigns und hängt seither ein wenig in der Luft. Nach WrestleMania 39 nahm er eine Auszeit und Spekulationen über Unzufriedenheit und einen möglichen Abgang entstanden. Nachdem er nun auch gegen Gunther verloren hatte, könnte McIntyre in einem Rumble-Sieg endlich zurück zu alter Größe finden. Er bringt trotz seiner vergangenen Niederlagen immer noch die nötige Star-Power mit. Ein Heel-Turn im Vorfeld des Rumble wäre auch hier möglich. Früher oder später wird Drew McIntyre wohl wieder im Main Event landen. Ein erneuter Sieg beim Rumble würde seine Position in der Company festigen und sicherlich auch seinem Gemütszustand helfen. McIntyre hat bereits gegen Reigns verloren. Eine Revanche wäre zwar möglich, scheint aber dann doch eher etwas unwahrscheinlich. 2018 hat man das Royal Rumble Match der Männer genutzt, um Shinsuke Nakamura von der Midcard aus direkt in ein Main Event Programm zu katapultieren. Sollte man diesen Weg erneut gehen wollen, dann wäre Butch, auch bekannt als Pete Dunne, ein idealer Sieger. Butch ist nun seit über einem Jahr Teil der Brawling Brutes und konnte dort bereits mehrmals sein Potenzial andeuten, ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Langsam kommt jedoch der Zeitpunkt, wo er sich aus dem Schatten von Sheamus und Rich Holland herausbewegen muss. Eine Möglichkeit wäre es, Butch gegen die Brutes zu turnen und als starken Heel in das Royal Rumble Match zu schicken. Mit einer beeindruckenden Performance und anschließendem Sieg könnte Butch als glaubwürdiger Herausforderer hervorgehen. Auch hier bietet sich die Möglichkeit, einen neuen großen Star zu kreieren. Ähnlich wie Gunther hat auch Butch einen einzigartigen Stil im Ring. Als Heel wäre er ein guter Aufbaugegner oder ein vorübergehender Herausforderer für den amtierenden World Heavyweight Champion. Für ein solches Szenario könnten neben Butch natürlich auch viele weitere aufstrebende Superstars in Frage kommen, wie Santos Escobar, Grayson Waller. Die Talentliste bei WWE ist sehr, sehr lang. Ein Name, der letztlich schlichtweg genannt werden muss, ist natürlich Cody Rhodes. Nach seinem Rumble-Sieg Anfang des Jahres war er für die meisten Zuschauer der Mann, der Roman Reigns endlich besiegen wird. Die Entscheidung, ihn bei WrestleMania verlieren zu lassen, ist bis heute für viele Fans ein großer Fehler gewesen, eine Enttäuschung. Dahinter soll laut Triple H jedoch ein langfristiger Plan stecken. Fakt ist, Cody Rhodes ist trotz seiner Niederlage bei WrestleMania neben Roman Reigns der größte Star der Company. Um die Story zu beenden, könnte es nach einer längeren Redemption bei WrestleMania 40 zu einer Wiederauflage von Reigns gegen Rhodes kommen. Cody könnte mit dem Titelgewinn den Kreis endgültig schließen. Um dahin zu kommen, müsste er vermutlich jedoch erneut das Rumble-Match gewinnen. Aufgrund seiner Beliebtheit scheint dieses Szenario jedoch durchaus machbar. Zudem gab es seit Steve Austin keinen Wrestler mehr, der den Rumble zwei Jahre in Folge gewonnen hat. Schauen wir uns das SummerSlam-Match von Cody Rhodes gegen Brock Lesnar an. Wie Brock Lesnar ihn danach overgebracht hat. Wie Brock Lesnar ihm danach Respekt gezollt hat. Das war besonders. Und das deutet auch darauf hin, dass Großes auf Cody Rhodes wartet. Und das war es auch schon wieder. Fünf mögliche Kandidaten für den Royal Rumble Sieg 2024. Schreibt gerne eure Lieblingskandidaten in die Kommentare. Danke fürs Einschalten. Und schaut beim Spotfight-Podcast vorbei. Gute Wrestling-Analysen von einem Top-Team. Richtig, richtig viel Content, den ihr euch da geben könnt. Einfach beim Zocken, beim Autofahren oder einfach mal nebenbei. Geile Podcasts. Schaut rein. Und bis spätestens zum nächsten Video auch hier auf dem Kanal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020